Hey, hallo! Hörst du mich? Bin bei den anderen. Wir haben den Knall gehört. Alles okay? Hab das Bohrweg runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wir haben was gefunden. Eine große Blume. Die anderen sind ganz aufgeregt. Aber ich weiß nicht. Kannst du dir das anschauen? Bist du dort? Siehst du die Schmetterlinge? Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Folge ihnen. Quietscherling Okay. 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 Okay.